Hier haben wir gerade ein besonders schönes Exemplar einer Maureidechse. Die lebt hier in dieser Konstruktion. Das ist wahrscheinlich irgendeine Art prähistorisches Denkmal. Auf IP Swiss Bauernhöfen ist Biodiversität zu Hause. Vielleicht doch nicht so prähistorisch. Und mit dem Kauf von erschwinglichen IP Swiss Lebensmitteln fördern auch sie die Biodiversität.